Someday, on that day may never come, I'll call upon you to do a service. But uh, until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day. One take, man, kein Bock. Yeah. Dominant Trap Battle, erste Runde, keinen Bock. Erste Runde, Rehkönnen, es fehlt ihm dieser kleine Schmock. Dich steckt man im Kindergarten ins Klo, Hals, über Kopf, bevor du raps, bist du einer, bei dem man nach Übung hofft. Dein Video mit Twilight-Films ist ansehenswert, meine Freunde eingeladen, kommt jetzt in Fremdschämen her. Raphael, tu's dir gefallen, hör auf damit. Eine Frage, wächst dir eigentlich schon was im Schritt? Ich darf dir nicht ficken, Miss Handlaut. Er riecht bis hierher, als wär ich in ner Fischhaltung. Er wird beleidigt, alle nennen ihn Frodo. Ich bring ihn zum Weinen, ich nenn ihn mal Homo. Du gibst nen Roundtas, Fick, Alter, du hast geen Chance, du gibst dann Roundtas, Kick. Mir egal, red mit meiner Hand, nee bitte nicht, ich will den nicht sehen. Rehkön, sorry, aber es wird Zeit zu gehen, yeah. Der Mafia-Boss in Biss, Rehkön wird zerteilt. Ich werde ihn vergasen, schreie laut sich, im Kindergarten feint man ihn, aber nicht hier. Er kauft Demo und verkauft sie als Bier. Echt hat der Boy, er ist fly wie ein Vogel, liegt daran, dass er einer ist. Rehkön gibt mir Kohle, Schutzgeld, dass man dich nicht weitersucht, aber egal, es wird trotzdem noch einer zu. Deine Mom, sie sucht dich, du musst zum Zahnarzt, doch du hast Angst, was bist du ne Abart? Ich geb mir keine Mühe, wozu auch? Leere Zeitverschwendung, also schnell YouTube auf und schnell wieder zu. Hab Rehkön gelesen, mir hat sich seine Runde bis zum Ende gegeben. Bitte bei mir mit, der bekommt ne Preis. Und ich mein, der gibt sich Freiwillige diesen Scheiß, ah, yeah. Und jetzt Diamond, oder so, keine Ahnung, yeah. Yeah. Und du merkst dich die Scheiße fressen in seinem Duffall-Video Und produziert statt Rappen mit seinem Arschgesicht nur Kindergut Jetzt komm bitte wieder aus deiner kleinen Klo-Kabine Und geh zurück zu deiner Schin-Chan-Scharmäh-Maschine Aber eine Frage, wie willst du dir bitte die auf Zerficken? Mit der Kiri hat sich noch nicht mal das Sperma entwickelt Mami ruft wahrscheinlich schon morgen ganz verstört an Weil wir das Leben von der Behinderung zerstört haben Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.